Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter. Ich möchte mal kurz sagen, es heißt nicht Harry Potter und ich hab wohl jetzt, ich geb halt immer Harry Potter ein, wenn ich hier das Game eingeben will, weil es für mich Harry Potter ist, weil das es Harry Potter Universum ist. Aber es ist ja nicht Harry Potter, aber ich möchte nur mal klarstellen, ach ich will eigentlich gar nichts klarstellen. Aber hallo Leute, ola curio, katal? Oh, und ich cutte mein Haar, was soll ich sagen? So, es ist so schade, oder? Es ist so schade, schau mal an das. Es ist so schade. Schau mal an das. Hallo Marco, ich habe meine Haare geschnitten. Wie sieht das aus? So kurz, ne? Wow. Okay, keine Ahnung. You look great. Thank you. I just cut my hair, you know. Cut, cut my hair. I'm sorry. There's no past of cut. Well, the past of cut is cut. So. Yeah, but I was, you know, I mean, tomorrow I have like a little model workshop. So that means that I have to work as a model on a workshop. I don't know, even if workshop is an English word. It sounds English, but I'm not sure if it's just English. I don't know. But, you know, I'm just teaching photographers how to take photos, you know. And I'm the model. And, you know, I always have to dye my hair, cut my hair and so on one day before. So, yeah, it is so much work. Believe me, so much work. But whatever. Today is Harry Potter time. Even if it's not Harry Potter, but you know what I mean. Yeah. And I had struggled with my neck today. You know, I mean, I felt down years ago when I was learning snowboarding. And since then I have problems with my neck, like, you know, my bones are dislocated and so on. It hurts sometimes. And today I have my, I don't know, how is it called, my electricity something thing. So I will be good. Hello. Hi. Adli, hello. Oh my God. Ich vergesse jedes Mal, wie scheiße mein Charakter aussieht. Look at that. Passion. Hola. And two weeks left, less than two weeks till my new song will be out. It's called Moon. Moon. Moon, 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 moon. And I'm so prepared. Believe me, I'm so prepared. I'm not prepared, but I want to be prepared. And hi. How are you? German beer. Cerveza de Alemania. Es muy bien. Okay, was muss ich tun? Ähm. Was? Revello. 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 Eh? Ah, lol! Ja, ich habe ja jetzt Geld. Ich habe mich schon gewundert, wieso ich so einen krassen Feuerkegel hier habe. Hä? Aber den habe ich doch schon gemacht, oder? So, oh, alles neu. Jau, Lumos. Ah. Okay, so eine Sphinx. Sphinx? Ich glaube, das ist falsch. Sphinx? Ne. Like British Tea. Well, ja, keiner, but it's not, because it's beer, but yeah, sometimes... Oh, ja, ja, I like it, I like it. I know what you mean. And I hope you're doing good. I hope your day was awesome. Oh, Geist. Hallo? Merlin! Fenster der Geschichte, Magie auf dem Mund zu Merlin. Die Figuren auf dem Mund. So, ich verstehe den Ex-Tablet-Sets. Eine Motte. Ich habe sie gefunden. Oh nein, Weedy. Die graue Dame. Hallo? Nee. Ja, gut. Was sind denn meine Aufgaben? Yeah, I finished work and lunch. Oh, I always forget how early you test in your country. Every time I'm struggling with that. Oh! The Pulse? Machen. Beschaff und teste einen Fokustrank. Ah, okay. Inventar. Was habe ich denn für Tränke? Versichte meine Tränke. Tab. Ah. Rodos. Maxima. Fokus. Okay. Hatte ich jetzt einen Fokustrank? Rodos. Maxima. Was muss ich noch machen? Wie komme ich denn zu Professor Schaap? Was muss ich denn da hin? Keine Räume. Keine Räume. Mit Flügel. Was muss ich denn wohl hin? In dem Südflügel bestimmt. Bestimmt. Shopping Time. Shopping Time? Shopping Time? Oh! Gommel, fünf Monate! Hi! Ich habe gehört, die Sekt gleich für sie und spiel dein Röntgen. W-W-H-3-Lolo-Lol-W-W-W-W-H-3-Lolo-Lol-W-W-W-H-3-Lolo-Lol-W-W-W-H-3-Lolo-Lol-W-W-H-3-Lolo-Lol-W-W-W-W-H-3-Lolo-Lol-W-W-W-H-3-Lolo-Lol-W-W-W-H-3-Lolo-Lol. lol danke für deinen support es war nicht nervig gar nicht nervig oh mein gott ich weiß wo ich bin hier waren hamina und harry und da war ist die hütte von hagrid oh mein gott das war mit dem zeit umkehrer und hier hat melfoy ein haken bekommen hier mitten in die fresse rein oh mein gott ich weiß wo wir sind ganz vergessen dass es vorgelesen wird ja h-something w lol ist so wie geht es dir brunnen der fehlte wesen und der wunsch der brunnen der fehlte wesen geäußert wird egal ob es australer im greif an der chiamere oder hohe kraft wie jeden erfüllung geht der das vertrauen eines der fehlte wesen gewonnen hat es ist ein test 3 greif chimere oder hippo greif ist das hier ravenklau ich hätte gerne drachen crazy kann ich da runter ne schade ich weiß gar nicht wo ich hin muss müde auch müde bin ich auch das kann ich so verstehen die wäsche in der stream of friends somebody give 100 subs in my friend couldn't stop the sound of the large sound oh i believe i believe that it sounds funny and horrible at the same time muss ich denn hin ist denn wohl professor sharp zu finden ich denn hier gelandet was haben wir denn hier irgendwas ist passiert wie soll ich denn aha wo bin ich denn hier gelandet völlig neues ding wo ist denn hin hier glaube ich hab ich das nicht gerade hier gesehen ahja aber wo ist der hin hallo vielleicht da hoch ich wünsche ich das Geld für 100 subs auch oh nicht schuldig nicht schuldig manchmal ist es nur wichtig was du in deinem hart hast du weißt okay well i hope you're doing good and i hope your day was great oh Rebello and i try to ahhhh Chavo bin weeeeeee f*** you okay cool 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 Okay. Ja. Müde bist du. Don't worry. Auch das passiert manchmal. Nein. Kann doch nicht der Luhmora. War das nicht der erste Skill neben Lumos, den wir gelernt haben? Kolekhof. Bin ich hier? Abgefahren, ey. Äh. Wettbewerbsfähiger. Oh, lol. Wir gehen in der Wasserspeier. Obwohl der Wasserspeier aus dem Rauch strömt, verzaubert er. Ach, aus dem Rauch strömt, verzaubert der Magus. Er war halt der Kamin des Hufflepuffs, Gemeinschaftsraum. So, lol. Okay. Wir haben ja ein hübsches Gärtchen. Ich bin hier rein. Dann wahrscheinlich auch der Gemeinschaftsraum. Okay. Revelyo. Tschüss. Mal. onta. Wie. Das ist der Rund. Die Rund. Die Rund. Wo. Ich bin hier. So hell, wie bin ich hier? Ah, ich weiß wo. Ich bin auf jeden Fall falsch. Hm. Ich weiß nicht, aber wofür es so scharf ist. Wahrscheinlich bei den Flitzerins, ne? Bestimmt die Bibliothek hier. Ja. Okay, ich bin hart falsch. Vielleicht finde ich das nochmal. Kategorien, es gibt die Kategorien. Karte erinnern, warte. Rommieturm. Ah! Oh! Prost! Turm der Verteidigung. Naja. Naja, Glockenturm. Treppe, Halle, Babelothek. Mit den Flügel. Echt so? Ah! Ah! Glockenturm. Ah! Glockenturm. Glockenturm. Das ist not my language, right? Oh my god, my... Ah ja, also short. Ich bin mich erst dran gewöhnt. Zacka! Ich hab so ein Stück abgeschnitten. Ich hatte keinen Bock irgendwie. Ich hatte so ein Hexe drin und dann war ich so genervt. Da hatte ich mir... Ah, egal. Du... Okay, Fokustrank hatte ich gesagt, ne? Fokustrank. Was fehlt denn? Ach, scheiße. Vielleicht kann ich den kaufen irgendwo. Oh. Sir, warum sollte ich diese Aufgaben abschließen? Professor Weasley bat uns, Zeit zu investieren, damit sie zu ihren Mitschülern aufschließen können. Und bevor ich ihnen Depulso beibringe, muss ich wissen, dass sie damit umgehen können. Ach, okay. Ja gut, dann muss ich mal eben shoppen gehen. Ist ja eh schon ein bisschen... bisschen her. In der Zaubertrank, du, da. Reveilio. Hm? Ah, lol. Gemeinschaftsgarten von Hogsmeade. Der kleine Gemeinschaftsgarten im Herd ist da. Ist der Fiktor zum Anfang der Kräuter? Okay. Kann ich da auch was planzen? Nein. Geht denn hin? Oh, eine Hausaufgabe. Ha! Ach, verdammt. Ich dachte, das wäre Lumos. Äh, auch nicht. Ah, da. Hafen. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ah, hier irgendwo. Hier, Lumos. Reveilio. Da ist die Motte. Komm ich da hin? Höh. Höh. Ups. Hier? Hier ist... Oh, Wheelie. Kann ich hüpfen? Okay. So, jetzt aber. Nicht hüpfen. Wäre schon richtig viele fertig hier in Hogsmeade. Okay, Zaubertrankladen war mein Plan, ne? War das noch eine Hausaufgabe gewesen? Oh. Oh, ich dachte schon. Woher komme ich denn da hinten hin? Ah, hier. Dankeschön. Hm. Das ist nicht wahr. Wie viele Hausaufgaben fliegen hier rum? Oh, die habe ich schon, oder wie? Oh, ne, die habe ich noch nicht. Okay. Läuft gut, oder? Guck mal, sogar die Hühner sehen mich nicht. Hihihi. Okay. Ja. Reveilio. Okay, nochmal. Jankos, irgendwas. Könnte richtig sein. Aha. Guck mal da wohl hoch. Hm. Hä? Ah. Wasserquelle. Der kluge Reisende weiß, dass manch Brunnen mehr zu bieten haben als relativ in die Wasserquelle. Hm. Hm. Hallöchen. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Reveilio. Sie haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Ah. dessa mal dazu. Guck mal. Du tutu 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 tutu. Du tutu tutu tutu. Du tutu tutu. итьсяher trefferwhen. warum hast du mir noch ein paar gekauft ja auch hier muss das sein hier lang richtig schon ich glaube dieser skill ist nur dafür da dass ich hier thronen lehrräumen kann habe ich so das gefühl weil da unten muss ich hin habe ich es etwa gefunden das hier nein das hier nein ah hier war das wusste das try guten tag ich würde gerne sachen kaufen das möchte ich kaufweise entscheidung viel und ein habe ich nicht aber die brauche ich kann mich dann noch vollpopel vielen dank auch nicht kauf ich mir einfach mal ich habe gesehen jetzt bin ich arm bis bald aber ich musste noch irgendwas kaufen ich weiß aber nicht mehr was akkiratte das halt bimmeln aber ich sehe es nirgendwo zu 100 prozent hier drin aha ich komme da gar nicht hin hier ah wand montierter eberkopf wie seine montierte eberkopf verdreht die augen und rümpf die nase ab der zwischen ja das ist mir ja auf jeden fall immer ekelig oder so tag der herr noch was ah lol stehe das irgendwie stehe mhm mhm ein so mhm das okay okay geil da ist noch eine blut träumchen so ich habe jetzt mega viel geld und würde es gerne ausgeben für irgendeinen plunder wo kann ich hin ach hm ich bin sicher dass wir das sind mhmmhmhmhmhmhmhmh cotton mhmhmhmhmhmh mhmhmh mhmh Mhmh uh system 25 von 25. Wenn das keine... Ja, hab ich. Ey, wenn das nicht... Wenn das keine Herausforderung war, kriege ich ganz viele Belohnungen. Kampf. Nein. Oh Gott. Leute, ich glaube, ich habe neue Outfits. Aufträge habe ich da. Nichts Neues. Erkundung. Nichts Neues. Gar nichts Neues. Wundert mich aber. Okay. Ja, gut. Weil irgendwas konnte ich mir noch kaufen, aber ich weiß nicht mehr was. Aber egal. Ich gehe jetzt wieder ab zu... Ab nach Hogwarts. So, weil ich hatte ja eine Aufgabe, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. war das hier. Ah ja. Nice. Wollen wir mal. Ach, Flussgras. Stimmt, das fehlte mir. Ich glaube, ich mache mir mal so ein paar. Hm. Du hast auch eine Fuchs gekauft. Ja, das stimmt, aber ich wollte gerne noch mehr verwenden. Und fertig? Hm. Wie lange möchten Sie warten? Ja. Hm. Okay. Kann ich hier auch umrühren? Nee. Ich hätte vielleicht auch verkaufen sollen. Guck mal, der geht ganz schnell. Guck mal, der geht ganz schnell. Umrühren. Okay. Okay. Umrühren. Möchte jemand von euch auch? Meine Kackkünste. Es ist grün, Marco. Und man kann das bestimmt, man kann das bestimmt trinken. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich weiß nicht, was du hast. Albern. Ich überlege gerade. Ich muss, glaube ich, hier einen Kampf testen, ne? Das heißt, dann mache ich das wohl wahrscheinlich in einem, in einer Quest oder so. Aber ein neues Skill ist schon nice. Ich mache mal ein paar nicht, dass ich das verkacke. Muss ja gleichzeitig oder so haben. Aber das dauert so lange und ich bin so ungeduldig. Naja, dann habe ich Zeit, mit euch ein bisschen zu quatschen. Und, ähm, welchen Zauber-Spruch findet ihr am besten? Oder so? Oder was ist euer Favorite-Outfit bis jetzt? Der Ritter, der Schlammerz-König oder der Drachen-Augen-Reporter? Also, ich finde, glaube ich, der Drachen-Augen-Reporter ist schon ziemlich gut. Schlammeranzug, ganz klar. Ach, okay. Ich schwanke immer noch zwischen. Ich bin der Reporter schon. Ach, ich finde alle drei ziemlich nice auf ihre eigene Art und Weise. Ich bin jetzt halt ein bisschen professioneller unterwegs. Schlammeranzug ist eher so Freizeit und Ritterrüstung ist eher so, meine Staubsaug-Klamotage. Ihr wisst schon. Nur die Klamotage, die man halt vom Staubsauger anzieht. Braucht ihr das nicht? Okay, ich habe keine Lust mehr, das dauert mir zu lernen. So, genug gekocht. Ja.